Hallo Leute und willkommen zurück zu Quantum Conundrum Und Leute, ihr werdet mir glauben, was ich einmal grossartiges geschafft habe Ich habe es geschafft, das Spiel durchzuspielen Ohne zu achten, dass meine Stimme drauf ist Das heißt, ich habe es eigentlich schon durch Und ich zeige euch jetzt einfach das, was ich dort gemacht habe Mal live Ohne zu viel zu zeigen Das ist ein bisschen schwer Mal schauen, ob es einfach durchgeht Ja, da ist ein bisschen krass Bitte sag Panderdruck, bitte sag Panderdruck, bitte sag Kaderdruck Komm da rein Ja, gut Also, wo ist es? Vielleicht, oder vielleicht, vielleicht Du gehst näher zu den neuen Technologien-Labs Vielleicht kommst du ein paar Kluge, um mir zu helfen, diese Kuhn-Dry Sieht so aus, als ob er alles dasselbe sagt Das ist irgendwie nicht was Da kriegt ihr irgendwie die Texte doch nicht Wenn es auch nicht weiss, was ich machen muss Obwohl ich den Teil wahrscheinlich schon wieder vergessen habe Ah, ja Das ist der letzte in einer kontinuierenden Reihe der sogenannten Dimensionen Wie ihr seht, der Gravitational-Bull in dieser Dimension ist direkt in Opposition zu unserer customärer Schau! Da kommt jetzt auch gerade die Zeit bei Möcht ich kurz Also, nachdem ich das gesagt habe, werde ich jetzt kurz Klappe Also, ich werde jetzt kurz überprüfen, ob ich aufgenommen habe oder nicht Also bis gleich Bin ich nicht unglaublich, ich habe es geschafft, dass es funktioniert Gut Weiter geht's Ich bin irgendwo auf der zweiten Story Ah, da ist unser kleiner Freund Den muss ich irgendwann noch abschiessen und dann bekomme ich einen Erfolg Habe ich auch noch kurz müssen Du hast sicherlich eher einen Droid Danke, dass du da bist Danke, dass du da bist Ich muss den nicht mal mitnehmen Und sagen Ich nehme den einfach mal mit Mal durchs Kran Und den jetzt hier runterfallen lassen Ich glaube, das öffnete den Hatch da oben Timey Ich will meine Welt Meine Dimension Deine Meine Dimension Meine Dimension Ich glaube, du willst mich das machen, oder? Möge Wissenschaftler Ich will das machen, oder? Ich will das machen, oder? Möge Wissenschaftler Wahnsinn Wahnsinn Hm Kann ich hier perfekt ehrlich sein? Ich habe wirklich keine Ahnung, warum ich diese Umgebung setze Oh ja Ist doch egal, warum man sowas gemacht hat Hauptsache, man hat sowas Möge ich das ein Fehler? Habe ich gedacht, wenn ich das ein Fehler war Das letzte Mal war ich sogar besser als dieses Mal Ist doch peinlich, bist doch peinlich Naja Naja Kann es kommen Ähm Ist das eigentlich mit dem Knopf aufsicht? Ah! Ich wollte ja 100% runter machen, also Werde ich noch aufmachen, also So, Maja Und da ist der erste Absturz, oder was? Und da bin ich doch schon wieder Und ja, ich finde es auch schön, wenn es ihm mal abstürzt Extrem schön ist das hier Finde ich nicht auch Wow Hans du Bitte Hans Komm mal, bitte Auflassen Was ist das? Das Teil haben wir gemacht Und das ist jetzt Bei uns An diesem Punkt hast du weiter in die Manner reinten, als jeder andere Familie Mitglied hat in den letzten zwei Dekäden Und dieser schöne Leck Ich kann nicht sagen, dass das wieder passieren wird irgendwann bald So Ich meine, ich kann es auch mal klauen, ne? Ich kann es auch mal klauen, ne? Ich kann es auch mal klauen, ne? Ach. Ich kann es auch mal Hey, ich kann es auch mal Oh Mann. Gut, sollte es so gehen, indem ich das Teilchen da einfach... Nee, nee, nee. Da auch aufpacken. Das Teilchen einfach mal da... ...bisschen mehr wiegt. Und diesen Raum werden wir noch öfter sehen. Das ist immer immer dasselbe Raum. Immer wieder und wieder und wieder und wieder. Ja, ja. Und es gibt den Frame Ampel... Ja, genau jetzt. Oh, in case you don't see it, there's an electrical converter on the ceiling that needs to be pressed. Ah, ich hab dich aufgeschossen. Oder hab ich ihn nicht aufgeschossen. Ich kann nicht glauben, dass meine Erinnerung noch nicht zurückgekehrt hat. Ach ja, und hier noch... Hier oben waren Dingenskirchen... Genau, ihr wisst ja was ich meine, Dingenskirchen. Da oben waren zum kleines Vier. Da ich was raus holen musste. Ah, das ist einfach, dass ich selbst hoch porten. Das ist immer zu schwer. Muss ich mich nochmals machen. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gut. Und, gib mir den Frame Ampel! Die Mögen wir doch schon lange... Um ehrlich zu sein, es gibt eine Map, bei der ich immer noch nicht weiss, ob ich die richtige Lösung getroffen habe oder nicht. Aber die kommt noch. Okay, da muss man ganz kurz noch mal drücken, wo es ganz zurück ist. Damit es noch weiter geht und wir diesen Platz... Äh, Roboter da oben? Ihr solltet eigentlich... Wie viele Leute, da habe ich mir Arbeit gemacht. Geht doch. Ist einfach diesen Block hier. Mit diesem Block hier kann ich nicht hier reinbringen. Ich habe gerade abgeschossen, Mann. Ich habe gerade abgeschossen, Mann. Ja. Ich glaube, er meint die, die Mann um ein bisschen rumgeistern. Ich habe gerade abgeschossen, Mann. So... ...Nach zu. Dann habe ich das Titan da. Oh, das Treffen ist nicht gewünscht, ne. Ich hab's total rausgebracht, aber ich bin nicht draußen. Auch gut. Ah, ich brauch's total knier noch. Ich hab's selber wieder rausgebracht. So. Dann einfach noch ein Schuss. Dann noch ein kleiner Schuss. Das war der falsche Knopf. So. Schon schlimm. Das ist doch mal ein nützlicher Find, du. Shit. So. Komm. Willst du mich verarschen? You know, I put those belts there for a reason. Just think about it. Willst du mich verarschen? Wieso fliegst du immer zur Seite? Okay. Dann wirklich. Was soll das? Was soll das? Oh, das ist doch richtig. Ich hab's ja nah. Ist das schon so? Was nicht funktioniert ist ja normal typisch, oder? Das müsste man erst viel später machen, wenn die Reste so nötig Und wir auch wieder schön geschafft, dass das Zeichen hier Oh, da hinten ist noch so ein Teil, das ist ja gar nicht Aber das ist eh das Problem, oder? Es sollte eigentlich geradeaus gehen, aber irgendwie will das nicht so ganz geradeaus gehen Da könnte man das ganz normal HAU 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 Kannst du mit der Zeit dann nicht einfach schnell die Möbel geben Wir haben ein paar Dimensionen, aber das genügend Gewehr sind Und das Ziel nicht zu erhalten Sieht aus, wo er zufliegt Guck, guck doch das an, guck doch das an, dieser hier Auch gerade zerstört So, und jetzt schiesse ich dich ab HAU 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 H favourite Du musst einfach nur durchlosen, dann ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung, oh, falsche Knopf. So, geh einfach durchgehren. Fuck du. Einfach durchgehren. Einfach durchgehren. Es geht nicht um die Ruhe. Es geht nicht um die Ruhe. Es ist auch ein Superconductor und Amplifier der Energiefrequenzen. Nur eine kleine Menge, die mit Dimensional Extract, kann genug Energie bauen, um die IDS-Device-Receptacles zu erwerben. Oh ja. This area, unfortunately, flooded a few weeks ago. You'll need to go all the way around. Jups, und hier macht meine erste... Pause. Also hier bin ich im Port. Bis zum nächsten Mal Leute, ciao.